Ja, moin meine lieben Serienfreunde. Mit The Artful Dodger gibt es seit heute eine neue schwarzhumorige Abenteuerserie bei Disney+, die ich mir natürlich angeschaut habe, um euch jetzt hier in diesem Video zu verraten, worum geht's, was erwartet euch und wie finde ich die Serie persönlich. Das ist natürlich spoilerfrei. Mein Name ist übrigens Ren, das hier ist Serienflash und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Bums, denn hier gibt es immer die wichtigsten Newstipps, Neustarts und Reviews aus der Serienwelt, so wie diese hier. Also, ab geht's mit meiner Kritik zu The Artful Dodger. Ja, meine lieben Serienfreunde, seit heute, dem 17. Januar 2024, gibt es bei Disney+, die neue Hulu Original Serie The Artful Dodger zu streamen. Die aus Australien stammende Hulu Original Serie hat insgesamt 8 Episoden in der ersten Staffel und die könnt ihr ab heute komplett durchbingen, wenn ihr denn Bock drauf habt. The Artful Dodger nimmt uns mit in die 1850er und erzählt uns von Jack Dawkins aka Dodger, der einst ein Taschendieb war und nach Australien geflüchtet ist und während seiner Reise nach Australien für die Marine zum Chirurgen wurde, weshalb er auch in Australien als Chirurg arbeitet, aber ziemlich schlecht bezahlt. Und so versucht er mit kleinen Gaunereien bzw. Spielereien sein Taschengeld ein bisschen aufzufrischen und muss dabei immer wieder gegen, sagen wir, die Reichen irgendwie versuchen, klarzukommen. Das Ding ist nur, eines Tages trifft er dann auf einen Mann aus seiner Vergangenheit, nämlich Fergen. Und der zieht ihn so ein wenig wieder in die kriminelle Welt zurück. Und das löst eine Kettenreaktion an, ja sagen wir, nicht so leicht zu handelnden Situationen aus. Und ja, wenn ich euch die Namen Dodger oder Fergen sage, dann könnte es bei euch klingeln. Diese Charaktere stammen natürlich aus Charles Dickensons Oliver Twist. Und ja, das ist natürlich beabsichtigt. Man hat sich dazu entschieden, eine Fortsetzung zu Oliver Twist umzusetzen, während sich andere Streamingdienste und Fernsehsender zuletzt immer wieder auf alte Charles Dickensons Romane gegangen sind und gesagt haben, wir verfilmen das jetzt einfach neu. Nee, hier hat man gesagt, wir erzählen mal die Geschichte weiter. Man hat sich Dodger gegriffen, der mittlerweile eben in Australien ist und Faggen, der einst wirklich der fiese, fiese Typ war. Und da stellt sich natürlich direkt die Frage, wie sehr hat das eigentlich dann noch was mit Charles Dickensons zu tun? Ich kann euch sagen, im Grunde nichts. Denn The Artful Dodger ist mal wieder so ein Stoff, wo man einfach sich gedacht hat, wir nehmen bekannte Figuren, damit man vielleicht für den Werbeeffekt diese nutzen kann, aber im Grunde hätte man auch einfach ganz andere Namen nehmen können und die Geschichte hätte genauso funktioniert. Für mich sind Charles Dickensons Geschichten, ob sie jetzt verfilmt sind oder ob sie geschrieben stehen, immer so düster, so angespannt, so diese Welt ist immer trist, alles ist immer alles so traurig, so kaputt und in Mitte dieser Welt gibt es dann immer so einen Hoffnungsschimmer, der versucht das Beste zu erreichen. So und The Artful Dodger ist im Grunde das komplette Gegenteil, denn The Artful Dodger ist total lebensfroh. Es macht die ganze Zeit Spaß dabei zuzuschauen, auch wenn die Serie dadurch recht oberflächlich bleibt. Aber selbst, sagen wir, eher traurigere Momente oder härtere Momente haben immer so was locker Leichtes. Und dennoch verzichtet man nicht darauf, immer wieder kleine Easter Eggs zu verstreuen, die eben in Verbindung zu Charles Dickensons stecken. Aber ja, die Figuren haben nicht mehr allzu viel damit zu tun. Fagin zum Beispiel ist ja bei Charles Dickensonson so ein richtig fieser Typ eigentlich und hier in der Serie gespielt von David Throughless aus Harry Potter bekannt oder zuletzt auch Wonder Woman. Der Typ spielt eine ganz andere Version, aber die macht unglaublich Spaß, wirkt aber recht weichgespült. Und so würde ich sagen, ist The Artful Dodger eine sehr weichgespülte Version von einer Charles Dickensons Story, die ja im Grunde keine Charles Dickensons Story ist, weil basiert ja auf keiner seiner Geschichten, sondern ist eine frei interpretierte Fortsetzung. Ich würde die Serie als so eine Mischung aus The Nick beschreiben, The Nick mit Glythe Owen. Die Serie, wo es auch um den Chirurgen geht, ist eine Dramaserie, keine Comedy. Eine Dramaserie, der eben in einer Zeit Arzt war, wo Leute wie in so einem Theater dabei zusehen durften, wenn jemand operiert wird. Genau das erlebt nämlich auch Dodger in der Serie. Aber ja, die Serie von der Art und Weise, von dieser Leichtigkeit würde ich dann eher mit Die Legende des Zorros, dem Film, also der zweite Teil mit Antonio Banderas, Fluch der Karibik 1 und Black Sails beschreiben. Alles wirkt so ein bisschen leicht sethaft, also als hätte man diese ganzen Gebäude, die man dann nutzt, extra aufgebaut. Alles hat so ein bisschen was Theatralisches, also im Sinne von, Da sind britische Schauspieler, die auf einer Bühne stehen. Das hat immer so ein bisschen diesen Effekt davon und das Ganze eben angereichert mit sehr schwarzem Humor und so einem richtig schönen Abenteuer-Vibe. Ja und dieser Abenteuer-Vibe, der bringt leider eine Problematik mit, die im Grunde fast jeder Abenteuerfilm oder Abenteuerserie hat. Nämlich, dass das Ganze recht oberflächlich bleibt. Wenn ihr Tiefgang wollt, dann seid ihr mit der Serie falsch, obwohl es Momente gibt, die ziemlich angespannt sind, wo man wirklich ganz kurz auch bangt, was passiert jetzt als nächstes und die wirklich auch emotional sind. Aber im Grunde bleibt alles sonst recht, recht locker leicht, wie gerade gesagt. Es ist, selbst wenn es um irgendwelche Diebereien, irgendwelche Masterpläne geht, dann, ja, sollte man jetzt hier nicht das Ocean Eleven erwarten in The Artful Dodger. Nee, The Artful Dodger ist eine oberflächliche, schwarzhumorige Abenteuerserie mit romantischem Part, der natürlich zu Abenteuergeschichten auch irgendwie immer dazugehört. Und ja, was ist noch wichtig für diese Serie? Ich würde sagen, der Cast. Thomas Brody Sangster, hier zuallererst genannt, der spielt Dodger Jack Dawkins. Der Schauspieler ist mittlerweile 33, sieht aber immer noch so jung aus, als wäre er gerade 18 geworden. Ja, Mates Runner war er jung, okay, tatsächlich Liebe, er ist noch viel länger her. Aber ja, der Schauspieler sieht ewig jung aus, wodurch auch so eine kleine Problematik entsteht, ob er denn eigentlich schon alt genug ist oder auch alt genug aussieht, um Chirurg zu sein. Aber das hat mich persönlich gar nicht so sehr gestört, denn ich mochte dieses leicht naive, locker leichte und trotzdem sehr ernste in seinem Blick. Er ist so ein Schauspieler, der so etwas Sympathisches ausstrahlt und das tut der Rolle des Dodgers enorm gut. Vor allem, weil er dann eben auf Fagin trifft, gespielt von David Thuris, der oft ja doch eher den Schurken mimt und hier wirklich eine großartige, aber ja, sehr theaterlastige Performance abliefert, die so diesen eigentlich weichgespülten Vater-Ziehvater von Dodger und gleichzeitig miesen Gauner darstellt. Das macht unglaublich Spaß, den beiden zuzuschauen. Und da rein kretscht dann auch noch Maya Mitchell, die wir aus The Forsters oder Good Trouble kennen. Die spielt nämlich eine junge Frau vom, sagen wir, Führer der Stadt, die gerne Ärztin werden möchte. Aber das zu einer Zeit, wo das eigentlich völlig ausgeschlossen ist. Sie spielt so ein bisschen die neunmal Kluge, wie so eine Hermine Granger eigentlich, die so ein bisschen einem auch auf die Nerven geht, weil sie immer die Schlauste ist, die neuesten Künste der Chirurgie irgendwie zum Thema zu machen. Aber es passt unglaublich gut zu ihrer Rolle. Es passt unglaublich gut, um diese, sagen wir, eingefahrene Männerwelt so ein bisschen aufzufrischen. Und es hat mich auch neben Hermine Granger so ein bisschen an Keira Knightley in Fluch der Karibik erinnert. Es war ja auch die, die so ein bisschen anders war als die typischen Frauen zu ihrer Zeit. Und diese Power dahinter, die hat auch Maya Mitchell, wobei sie, sagen wir, hinter David Throughless halt kaum eine Chance hat, so richtig zu glänzen. Aber es macht unglaublich Spaß, sie und vor allem Thomas Brody Sangster im Zusammenspiel zu erleben. Ihr bekommt also mit The Artful Dodger eine Abenteuerserie, eine farbenfrohe Abenteuerserie, die locker leicht ist, statt düsteres Charles Dickens Drama. Ihr bekommt aber auch eine Serie, die ziemlich viele, sagen wir, Serienarten, beziehungsweise man könnte sagen Genres, vermixt. Mal ist die Serie eine Gaunerkomödie, dann wieder eine Liebeskomödie, dann ein Liebesdrama, dann ein Gesellschaftsdrama und dann irgendwie auch Medical Drama. Irgendwie steckt ganz, ganz viel unterschiedlicher Stuff in dieser Serie drin. Und manchmal fällt es den Machern sichtlich schwer, da eine einheitliche Tonalität zu finden. Die Serie ist sehr rasant, sehr temporeich, hat eben diesen Abenteuer, ja, Zorro flucht der Karibik-Vibe. Aber dann switcht das Ganze zwischenzeitlich auch mal zu eben so einem Medical Drama oder zu eben so einem Lebensgesellschaftsdrama, wo dann auch so eine richtig tiefe, bittere Note ist, aber man das ganz schnell wieder fallen lässt, weil alles eben doch recht oberflächlich bleibt. Das ist ein Punkt, den kann man negativ sehen. Ich persönlich muss aber sagen, irgendwie hat das den Drive der Serie auch ausgemacht. Dieser Mix aus unterschiedlichen Stoffen im Grunde, aus unterschiedlichen Genres, der macht aus der Serie überhaupt erst das, was sie ist, nämlich ein temporeicher, unglaublich toller Spaß. Und ja, den hatte ich bei dieser Serie. Leute, ich konnte nicht aufhören. Ich habe alle acht Episoden am Stück schauen wollen, habe aber dann mittendrin nach fünf Episoden gesagt, Nein, ich muss jetzt kurz warten, ich möchte wenigstens noch einen Tag länger was von dieser Serie haben. Denn diese acht Episoden machen unglaublich Spaß. Es ist einfach so ein schöner Abenteuer-Vibe, dem man folgen mag. Und auch wenn das Ende alles recht abgehakt, recht plötzlich ist, hat man am Ende dieses Gefühl von, gib mir mehr davon. Gib mir mehr davon. Allerdings muss man hier sagen, die Serie wurde einst als Miniserie angekündigt und ist im Grunde auch für die Hauptstory abgeschlossen, aber hat hinten hinaus dann doch so viele Punkte angesetzt, dass man mehr wissen will. Also es ist kein Serienende, was ihr bekommt mit dieser Serie. Es ist eher ein Staffelende. Und so hoffe ich, dass man irgendwie erfolgreich mit dieser Serie ist, so dass Hulu oder Disney sagt, wir wollen mehr davon. Ich glaube, es ist sehr spannend. Es ist ein bisschen. Also, wenn ihr Bock habt auf eine locker, leichte, bunte Abenteuerserie im dreckigen 1850er Australien mit ein paar Banditen, die versuchen, irgendwie ihr Leben besser zu machen, wo eine Liebesgeschichte drinsteckt, aber gleichzeitig auch so ein bisschen medizinisches Drama, dann schaut euch The Art of a Dodger an. Für mich definitiv einer der besten Neustarts bereits für dieses Jahr. Ich finde diese Serie wirklich großartig, trotz ihrer Fehler, trotz ihres fehlenden Tiefgangs. Aber dieser Abenteuer-Vibe, der Cast, dieser Trip, den man da bekommt, der hat es einfach verdient, angeschaut zu werden. Und wer die besagten Titel, wie gesagt, Zorro 2 oder auch Flucht der Karibik 1 mag, der wird wahrscheinlich auch mit dieser Serie hier was anfangen können. Denn sie hat einfach so ein ähnliches Feeling, so einen ähnlichen Vibe. Und in einer Welt, wo wir immer ganz viele Thriller und Dramen bekommen, ist so was schwarzhumoriges, leicht theaterlastiges Schauspiel doch irgendwie was Tolles. Wenn ihr es euch angeschaut habt, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr denn The Art of a Dodger findet. Seid ihr auch so begeistert wie ich? Oder sagt ihr eher, nee, ist nix für mich? Also für mich, ey Leute, gebt mir unbedingt eine zweite Staffel. Das war's mit meinem Video. Ich habe hier, glaube ich, nicht alles reinbekommen, was ich reinbekommen haben wollte. Habe mich dafür wieder ein bisschen öfter gedreht. Aber es war irgendwie schwer, diese Serie so richtig in Worte zu fassen, ohne zu spoilern. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr irgendwas damit anfangen könnt. Also von mir gibt es einen Daumen nach oben für eine Abenteuerserie. Wer den Medical Drama oder Charles Dickensons wollt, dann seid ihr damit falsch. In diesem Sinne, viel Spaß beim Bingen. Wir brauchen die Z금fer hat uns das Video. Auch wenn du rausgehend cubes unser Wohn 오osphvoنتерх. Und wir brauchen das Video zu sein.